Heute, vor genau 50 Jahren, ging der erste Trabi vom Band, und das war in Zwickau, beim volkseigenen Betrieb Sachsenwerke, die haben über 3 Millionen dieser Fahrzeuge produziert, und damit ist der stolze DDR-Bürger durch die Republik geknattert mit 100 Stundenkilometer. In der Betriebsanleitung stand folgender Satz zu Beginn, der Typ Trabant ist in seiner Klasse ein schnittiges, elegantes und temperamentvolles Fahrzeug. So, das ist doch mal ein Heeresziel für diese Sendung. Genau, und mit voller Kraft geht es jetzt mit dem Zweitakter in unsere Sendung, das sind unsere Themen. Rockig, der Aster hat eine neue Vorsitzende. Merkwürdig, die Meinung der Woche. Kantig, jenseits des Mainstreams Theater erleben. Pfiffig, wieder konntet ihr euer Wissen bei uns testen. Und wie in der letzten Woche haben wir auch diese Woche wieder ein Gewinnspiel für euch. Also schön aufmerksam zuschauen. Diesmal gibt es zwei Karten für die Aster-Semestereröffnungsparty morgen Abend im Physik-Tower. Die Lösung gibt es wie immer in dieser Sendung. Aber diesmal gibt es die Lösung nicht nur in unserer Sendung, sondern die ist auch auf unserer Homepage zu finden. Wenn ihr also schon über unsere Seite gesurft seid, dann seid ihr sicherlich schon über die Antwort auf unsere Quizfrage gestolpert, ohne es zu merken. Also entweder aufpassen oder nochmal auf der Homepage nachschauen. Auf unserer Homepage könnt ihr auch die letzte Sendung immer eine Woche danach noch abrufen. Also sie steht für euch on demand zur Verfügung. Im Archiv sind auch die Beiträge einzeln eingespielt. Da könnt ihr euch die Beiträge, die euch besonders gut gefallen haben, nochmal angucken. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback zu unseren Sendungen geben würdet. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Im Archiv findet ihr nicht nur unsere alten Beiträge, sondern auch alle News noch einmal zum Nachlesen. Und dort gibt es alle Meldungen und Links auf einen Blick. Heute hat wieder Michael Schuh für euch das Neueste aus der Medienwelt zusammengetragen und die aktuellen Geschehnisse vom Campus. Untertitelung des ZDFs In dieser Woche soll das Gesetz zur sechsmonatigen Speicherung sämtlicher Telefon- und Internetdaten im Bundestag verabschiedet werden. Mit rund 7000 Vollmachten potenzieller Kläger marschieren jetzt Bürgerrechtler kollektiv zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. In Sachen Datenschutz eine rekordverdächtige Massenklage. Der Internet-Riese Google hat eine Plattform mit dem Namen OpenSocial entwickelt, um mehrere soziale Netzwerke zu vereinigen. Die Plattform gilt als Reaktion auf den großen Erfolg von Facebook. An der Google-Initiative beteiligt sind unter anderem Xing, LinkedIn, High5 und Friendster. Ab Mitte November erscheint monatlich ein 100-seitiges Lifestyle-Magazin zum Onlinespiel Second Life. Das Magazin will Spieleanfängern Tipps für einen gelungenen Einstieg geben und die altgedienten Spieler mit Neuigkeiten und Hintergründen rund um die Ereignisse in der Spielewelt versorgen. Die Boulevardzeitung BILD startet mit BILD Live, ein Web-TV-Format. Zweimal täglich gibt es hier Klatsch und Ratsch zu sehen. Am Sonntagmittag wurde die Webseite des chilenischen Präsidenten gehackt. Ein patriotischer Hacker hisste dort die virtuelle Fahne des Nachbarlandes Peru mit der Nachricht Langlebe Peru. Hochzeit, Scheidung und Geburt. Inzwischen gibt es für jeden Lebensabschnitt eine Fernsehsendung. Ende des Jahres soll nun mit Ethos TV der weltweit erste Trauerkanal auf Sendung gehen. Der Internet-Riese Google macht sich nun auch auf dem Mobilfunkmarkt breit. Der Konzern hat eine Mobilfunk-Allianz mit 33 Unternehmen angeleiert. Mit dabei unter anderem T-Mobile, Motorola, Samsung, aber auch Intel und Ebay. Google will so mit dem Handy-Betriebssystem Android an den Markt gehen, das auf Geräten aller Hersteller laufen soll. Je nach Bundesland kursieren verschiedene Sonderregeln und Gründe, um um die Studiengebühren herumzukommen. So können zum Beispiel Studenten mit schweren Krankheiten, Spitzensportler oder Nachwuchsmusiker auf den Gebührenerlass hoffen. In Freiburg sorgt jetzt eine neue Sonderregel für Diskussionen. Nämlich wer hier einen IQ von mindestens 130 hat, wird von den Gebühren befreit. An jedem ersten Freitag im Monat bietet die AStA im Zuge ihres Kulturprojektes den Kulturcafé Freitag an. Wir waren für euch bei der ersten Veranstaltung vor Ort und der Projektleiter Tobias Kirschner wird euch jetzt mal verraten, was er dort so erwartet. Jetzt hier sind wir im Kulturcafé, das wir jetzt neu eingerichtet haben als, wie soll ich sagen, neue Form des kulturellen Zusammentreffens auf der Uni. Wir versuchen natürlich durch die Initiative Campus Kultur so viele Gruppen wie möglich zusammenzubringen und hoffen, dass das Kulturcafé als Institution auch angenommen wird, das jetzt wahrscheinlich jeden Monat, Anfang des Monats Freitags stattfinden wird. Heute mit Funkkomitee, wo ich sehr stolz darauf bin, dass Sie hier sind. Sehr gute Jazzmusiker, alles von Hochschulen aus Frankfurt und so weiter. Ich spiele einen sehr tollen Jazz und ich hoffe, es wird eine schöne Veranstaltung hier heute Abend. Das waren die Nachrichten, aber eine Meldung vom Campus hat noch gefehlt. Wie wir ja letzte Woche berichtet haben, ist der AStA-Vorsitzende Bernd Weber aus persönlichen bzw. beruflichen Gründen zurückgetreten und die AStA, die Studentenvertretung, hat jetzt eine neue Spitze. Und zwar seit Donnerstag hält Estelle Klein, die Studentin der Musikwissenschaften, das Zepter beim AStA fest in der Hand. Wir haben die Studentin getroffen und haben uns mit ihr unterhalten und über ihre Ziele gesprochen. Es geht ein Rock durch den AStA. Mit diesen Worten wurden wir zumindest von Estelle Klein empfangen, als wir um einen Drehtermin baten. Seit letzter Woche ist sie die neue AStA-Vorsitzende. Dabei ist sie eher in das Amt gestoßen worden, wie sie uns erzählte. Also im Grunde genommen war das sehr spontan. Das Studierendenparlament hat mich am Mittwochabend zur AStA-Vorsitzenden gewählt. Und ja, also es war jetzt nicht, dass ich diesen Posten ambitioniert verfolgt habe, sondern es hat sich wirklich sehr spontan ergeben. Trotzdem weist die 25-Jährige genau um ihre Verantwortung. Für die Zukunft schreibt sie sich mehr Unterstützung für das Kulturprojekt des AStA auf die Bahnen. Also ich bin jetzt sozusagen die mächtigste Studentin im Land und Ziele und Pläne für die nächste Zeit wird es sicherlich sein, das Kulturprojekt zu unterstützen. Wir hätten gerne, dass auf dem Campus eine Räumlichkeit uns zur Verfügung gestellt wird, vielleicht in Kooperation mit dem Studentenwerk. Diese Räumlichkeit könnte dann vom AStA genutzt werden für Feten, für Kulturcafé etc. Das würde ich gerne verfolgen. Ich möchte gerne mich intensiv dafür einsetzen, dass die Lehre verbessert wird. Ich stehe auch mit Sicherheit für mehr studentische Mitbestimmung, auch damit verbunden, die Präsenz des AStA, AStA als Institution im Bewusstsein der Studierenden, dass wir einen Ansprechpartner für sie darstellen. Einen Ansprechpartner für die Studenten, auch im Hinblick auf Studiengebühren, die wohl in der jetzigen Form vom AStA akzeptiert werden. Große Gegenwehr wird es auch mit der neuen AStA-Vorsitzenden nicht mehr geben, die mit den Protesten gegen die Gebühren zufrieden ist. Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht. Die Arbeit ist aber noch nicht zu Ende. So haben die Studenten ein Recht zu erfahren, was mit ihren Gebühren gemacht wird. Das zumindest sagt Estelle Klein. Ich finde, es ist sehr wichtig, Studenten wissen zu lassen, wofür ihr Geld verwendet wird. Es ist aber auch sehr wichtig, Studenten mitbestimmen zu lassen, wofür ihr Geld verwendet wird. Das kann auf Fakultätsebene passieren, das kann aber auch einfach campusweit passieren. Mit der neuen AStA-Vorsitzenden können die Studenten also nun erfahren, wohin ihr Geld fließt. Hoffentlich nicht in irgendwelche Bürokratieapparate. Der Edeka-Markt stand vor dem Aus und scheint jetzt gerettet zu sein. Wie wir letzte Woche exklusiv berichteten, stand der kleine Supermarkt unten an der Ecke neben Bock und Seib vor dem Aus. Die Uni plant eine neue Ladenzeile neben der AC-Wiese. Edeka befürchtete nun, dass dort Konkurrenz einziehen könnte und wollte den Markt schließen. Grund war, dass die Uni keine Zusicherung geben konnte, ob ein Metzger oder ein Bäcker dort einziehen wird. Jetzt hat die Edeka auf Anfrage von OrgaTV bestätigt, dass ihr von der Uni eine schriftliche Zusage vorliegt. Damit scheint der Unimarkt gerettet zu sein. Und wie uns Edeka Südwest auch mitteilte, werden zum Jahreswechsel wohl einige Modernisierungsmaßnahmen erfolgen. Was ist also jetzt noch übrig für die Ladenzeile? Wir haben euch mal auf dem Campus gefragt, welche Geschäfte fehlen auf dem Campus. Welches Geschäft fehlt euch hier an der Uni? Die Frauen sahen H&M fehlt. H&M fehlt definitiv. So für den Frustabbau für die weibliche Studentenschaft. Ja, eine Apotheke. Also ich finde, es fehlt eine Post. In der Uni fehlt mir ein Dönerstand und eine Apotheke. Eine Reinigung, fragst du mal. Man kann seine Hemden abgeben und so weiter zum Reinigen bügeln und so was. McDonalds, jo, auf jeden Fall. McDonalds fehlt. Ein Drogeriemarkt. Geschäft nicht, aber die Sparkasseautomaten bitte. Also ein Copyshop wäre gut, auf jeden Fall. Gebrauchtbücherladen und, keine Ahnung, einen zweiten Edeka, noch ein Kiosk. Ich weiß nicht. Eigentlich alles super, finde ich hier. Es wird hier jetzt eine neue Ladenzeile gebaut und da kommen Geschäfte rein. Aber es ist nicht klar, welche Geschäfte. Okay. Ach Tuli, ja gut, so eine großartige Einkaufsmelle ist hier ziemlich schwachsinnig eigentlich zu bauen, oder? So, wie wir also gesehen haben, sind die Studenten im Großen und Ganzen zufrieden mit den momentanen Einkaufsmöglichkeiten hier auf dem Campus. Und wie ich finde, ist Shoppen in der Stadt sowieso am schönsten. Und wenn man dann nach einer anstrengenden Shoppingtour den Abend gemütlich ausklingen lassen möchte, dann sollte man das vielleicht mal in der Sparte 4 tun. Die Sparte 4 gehört zum saarländischen Staatstheater und richtet sich auf ein junges Publikum mit einem unkonventionellen Programm. Wie zum Beispiel Lesungen, Konzerte, Debatten, Filmen und vielem mehr. Das Konzept sieht dabei neue Ansätze für das Theater vor. So ist zum Beispiel auf der Homepage von der Sparte 4 zu lesen, dass die Trennung zwischen Kunst und Gastronomie aufgehoben wird. Wer vom Schein dieses Kronleuchters erhält wird, der befindet sich auf dem Weg in die Sparte 4. Sowohl Ort, als auch Veranstaltungsreihe, als auch offene Plattform für handgemachtes Abseits des Mittelstroms. So ist es auf deren Homepage zu lesen. Was genau in diesen Räumlichkeiten vor sich geht, durften wir zuerst hören und dann erleben. Welche Art von Theater kann man in einem Raum machen, der eigentlich nicht aussieht wie ein Theater? Wir sind nicht schwarz gestrichen, die Wände sind weiß, es gibt kein Portal, es gibt keinen Guckkasten. Wir haben eine offene Bühne und einen direkten Kontakt zum Publikum. Das Staatstheater hat drei Sparten, das Schauspiel, die Oper und das Ballett. Und wir sind die vierte Abteilung. Wir sind im Wesentlichen dem Schauspiel zugeordnet, aber wir machen eben dann doch ein Programm, was sich von den Angeboten des Staatstheaters maßgeblich unterscheidet. Wir sind aber da in diesem System mit drin. Und daher Sparte 4. Ich finde, das klingt auch wahnsinnig lässig. Wir haben jetzt Premiere mit einem Stück Tim Crouch, Mein Arm. Wir haben Premiere demnächst mit einer Theaterfassung von Kafka als Verwandlung. Wir haben hier Science-Fiction und Western-Theater gemacht. Aber wir machen hier viel Theater, aber nicht nur. Wir machen Lesungen, wir machen Performances, wir machen Konzerte. Wir versuchen, ein Programm zu gestalten, die Formate auszugestalten mit einer Mischung aus lokalen Künstlern, aus regionalen Künstlern und vor allem, was die Lesungen betrifft, aber auch was die Bands betrifft, europaweit oder international. Ich finde aber auch die Kunstproduktion in der Stadt, auch die Musikproduktion in der Stadt und die Performance-Produktion, die in der Stadt passieren, hochinteressant. Also wir haben ja die Redner mitproduziert mit der JFK-Show, sind wir als Co-Produzent aufgetreten. Das sind alles Saarbrücker, die so erstklassig sind, dass ich sofort angebissen habe, was die mir das Projekt vorgestellt haben. Ich versuche, eine Mischung hinzukriegen, die sich gegenseitig anfixt. Das Schöne an der Sparte 4 ist, dass sie keine wirklich umrissene Zielgruppe hat. Das Publikum ist extrem heterogen. Wir haben Studenten zu Gast, wir haben aber auch erfahrene, altgediente Theaterbesucher zu Gast. Wir haben erstaunlich viele Schüler zu Gast, die hier reinkommen, über die verschiedenen Jugendclub-Zusammenhänge. Wir haben vielleicht eine Kerngruppe, die liegt, würde ich sagen, Anfang 30, akademisch, frische Beruf und noch keine Familie. Ich glaube, wenn die Beschreibungen auf unserer Internetseite nicht hundertprozentig aufzuschlüsseln sind, dann liegt es nicht daran, dass wir besonders kryptisch sein wollen, sondern dann liegt es eher daran, dass es Veranstaltungen gibt, die ein extrem hohes Überraschungspotenzial sogar für mich bieten. Monochrom ist genau so eine Veranstaltungsart, wo man jetzt wirklich nicht ganz genau sagen kann, ist es ein Konzert, ist es eine Videoperformance, ist es eine Lesung, ist es eine politische Lehrveranstaltung, weil die machen tatsächlich alles zugleich. Und insofern sage ich, wir haben, ich habe sie auch gefragt, was bringt ihr mit? Und sie sagten, einen bunten Abend. Wir sind monochrom, wir sind ungefähr so, das sind ein paar von uns, wir sind ja auch in der Netzkunst tätig, da kommen dann Sachen draus wie das. Das haben wir uns von einer Großrechenanlage von Volkswagen berechnen lassen. Wir kommen aus Österreich, Austria. Das schaut ungefähr so aus, beziehungsweise schaut es weniger so aus, als so aus, psychobiografisch. Und das kümmert aber unseren Frank A. Schneider überhaupt nicht, denn der ist aus Bamberg. Da bist du jetzt, ist ja wurscht. Egal. Aber, aber, da ist es live im Verblendungszusammenhang. Das ist der Titel des heutigen Abends, bitte das immer im Hinterkopf zu halten, im populären Gedächtnis. Um das geht es heute. Um den Verblendungszusammenhang, lieber Herr Schneider. Machst du kurz ein Wort dazu sagen? Ihr kennt das ja, oder? Ja. Ja? Ja. Wer kann es erklären? Nein. Sehr klar. Laut Studentinnen und Studenten. Und dann keinen blöden Adorno-Schmäh verstehen. Katzen würden Adorno lesen. Den versteht auch keiner. Das verstehen, was sie nicht verstehen. Okay, lachen. Das ist mir jetzt zu altgriechisch, also vom Philosophen spät jetzt. Okay, gut. Wir fangen an. Wir gehen weiter. Machst du dann nach, Berufs-und-Dex, Herr! Neugierigen legen wir nahe, sich auf der Homepage der Sparte 4, deren Hausbrief zu abonnieren. Darin wird man immer über die neuesten Veranstaltungen informiert. Ein interessantes Konzept, wie ich finde, das man sich auf jeden Fall einmal anschauen sollte. Die Tickets für Studenten liegen je nach Veranstaltung zwischen 4 und 5 Euro, also nicht viel teurer als ein Kinoticket. Den Link zur Sparte 4 und zum aktuellen Programm findet ihr bei uns auf der Seite orga.tv. Kommen wir aber nun zu unserem Gewinnspiel. Wir haben für euch zwei Karten für die morgige Veranstaltung, die Asta-Semester-Eröffnungsfete unten im Physik-Tower. Wenn ihr gut aufgepasst habt und auf unserer Homepage gesurft habt, dann fällt euch die Lösung sicherlich ganz leicht. Die Frage lautet, wie heißt die Theatergruppe aus Österreich, die letzten Freitag in der Sparte 4 aufgetreten ist und die ihr auch eben in unserem Beitrag über die Sparte 4 gesehen habt. Wenn ihr die Antwort wisst, dann greift jetzt zum Telefonhörer und ruft uns ganz schnell an unter der 0681-302-4942. Na, wisst ihr die Antwort? Ich sage euch noch einmal die Frage, wie heißt die Theatergruppe aus Österreich, die letzten Freitag in der Sparte 4 aufgetreten ist und die ihr auch in unserem Beitrag eben sehen konntet. 0681-302-4942. Ruft schnell an. Es gibt zwei Karten für die morgige Asta-Semester-Eröffnungsfete im Physik-Tower zu gewinnen. Wenn ihr, apropos Quizfragen, wenn ihr immer noch nicht mit unserem Quizbus unterwegs wart, dann habt ihr leider Pech gehabt und nichts Süßes gewonnen. Wir waren diese Woche nämlich wieder für euch unterwegs und haben Kandidaten mit Fragen gelöchert. Und jetzt Quizbus. Und fährst du? Äh, Johanneskirchen. Ah ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Welcher Deutsche war noch nie in Wachs abgebildet in Madame Toussens Wachsfigurenkabinett? A. Andi Möller B. Helmut Schmidt C. Thomas Gottschalk D. Boris Becker Andi Möller Ist aber jetzt geraten, oder? Ja, nee, weiß ich eigentlich nicht genau. Also ich würde sagen Andi Möller. Aber Andi Möller ist doch eine relativ bekannte Figur in Deutschland. Ja, keine Ahnung. Ich war auch noch nie dort. Ich, keine Ahnung. Aber ich würde mal raten Andi Möller. Du bleibst definitiv der Andi Möller. Und würdest sagen, Thomas Gottschalk ist da auf jeden Fall abgebildet? Ja, würde ich schon sagen. Wir bleiben bei Antwort A. Und es ist tatsächlich Andi Möller, der da nicht abgebildet ist. Welche Redensart geht nicht auf Cäsar zurück? A. Und sie bewegt sich doch B. Der Würfel ist gefallen C. Den Rubikon überschreiten oder D. Ich kam, ich sah und ich siegte Entweder A oder C. Was war A nochmal? Und sie bewegt sich doch Ich würde sagen C. C? C war Wo war das jetzt nochmal? Ich sah auf der Latein. C. Den Rubikon überschreiten Ja. Du willst bei C bleiben? Ja. Den Rubikon überschreiten. Das geht allerdings doch auf Cäsar zurück. Und sie bewegt sich doch war die richtige Antwort. Das kam nämlich von Galileo Galilei. Was ist denn eine Lolita? Eine junge Prinzessin, eine Kinderärztin, ein Boxenluder oder die Kindfrau? Ein Boxenluder. Eine Lolita. Das Boxenluder? Antwort C. Bist ihr dir ganz sicher? Wie nennt man den in Wiener Zuhälter? Ist das auch ein Wärtslasierer? Ein Wärtslasierer, ein Aufputler, ein Plottenchef oder ein Stritzi? Keine Ahnung. Soll ich es dir nochmal vorlesen? Ein Würstlasierer, ein Aufputler, ein Plottenchef oder ein Stritzi? Keine Ahnung. Ich sag mal A. Wärtslasierer. Ja. Aufputler. Ja. Mann, Mann. Weißt du, wie lange ich geübt habe, bis ich diese Begriffe einigermaßen aussprechen konnte? Viertelstunde. Und Wärtslasierer war das schwierigste Wort für mich. Ist aber auch falsch. Und du hast B genommen, den Aufputler. Tatsächlich wäre es gewesen, der Stritzi. Wann wurde der Kugelschreiber patentiert? Das ist jetzt eine Frage. Was war die... Ne, 1960 bestimmt nicht, das ist zu spät. Was war das, 1916? Ne. Wir hatten... Also A war 1960. B 1919. C 1905. Und D 1938. 1919. Aber nur geraten. Jetzt soll ich dir nochmal vorlesen. Ich rate 1919. Hast du dich um 20 Jahre vertan. Antwort D wäre es gewesen, 1938. Ich gebe dir noch 5 Sekunden. 4, 2, 2, 1 und... Keine Ahnung. Na, hättet ihr unsere Quizfragen vom Quizbus beantworten können? Jedenfalls unsere Quizfrage hier in der Sendung. Die war ja, wie heißt die österreichische Gruppe, die am Freitag in der Sparte 4 aufgetreten ist und in unserem Beitrag zu sehen war? Stefan, wie hieß die eigentlich? Monochrom hieß die. Monochrom, genau. Und die richtige Antwort hat Axel Delka aus Köln gegeben. Axel, herzlichen Glückwunsch. Du hast zwei Karten für die morgige Veranstaltung im Physik Tower gewonnen. Wer leider kein Glück hatte und bei uns hier durch den heißen Draht nicht durchgekommen ist, ihr solltet nicht traurig sein. Ihr könnt gerne morgen Abend an der Abendkasse oder morgen im Laufe des Tages bei einem Asta oder in der Mensa am Verkaufsstand noch Karten erwerben. Die Karten kosten 4 Euro und los geht die Party ab 21 Uhr, wie schon gesagt, im Physik Tower. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite nach Köln. Vielleicht kommst du ja nach Saarbrücken und lässt dir diese tolle Party im Physik Tower nicht entgehen. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, nicht nur weil du gewonnen hast, sondern vielleicht weil wir dich überzeugt haben mit unseren Beiträgen, mit unseren Geschichten, dann kannst du uns gerne Feedback geben auf unserer Homepage www.orga.tv, dort könnt ihr uns in den Blog schreiben zu dieser Sendung oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an, die Adresse, die dort auf der Homepage ist, orgatv.org.uni-sb.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, dort könnt ihr uns erreichen, jederzeit. Wir freuen uns auf euer Feedback, Anregungen, Themenvorschläge, was auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr uns Anregungen geben könnt. So, wir hoffen, wir konnten euch unterhalten mit dieser Sendung. Ihr hattet Spaß dabei. Und ja, nächste Woche 18.18 Uhr gibt es wieder eine spannende Sendung für euch. Wir haben spannende Themen in der Pipeline. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Haltet die Ohren steif und schaltet nächsten Mittwoch um 18.18 Uhr auf jeden Fall nochmal ein. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis nun, ciao. Bis zählt. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.